Hi, Noski und Ben. Hi, wie geht's dir? Ich bin, ich bin richtig weak, was, was, was Horrorgames angeht, deswegen ja, war die Entscheidung vom, von der Community, dass ich das spiele, weil ich danach gefragt habe, genau, deswegen haben wir hier, mein Emotional Support, Plush, das ist der Karl, der Karl ist heute mit uns hier, damit ich das alles überlebe, mir, äh, ja, naja, wie soll ich sagen, wie es mir geht, alles dabei, äh, wie sagen wir, äh, ich hab, ich hab kein, ich hab, ich hab sowohl, sowohl Bock als auch nicht Bock, ach, ich hab so, alter, Digga, ich hab Choo Choo Charles geguckt, Digga, ich hab mir das Gameplay angeguckt, das ist halt wirklich zum Kotzen, ich will eigentlich nicht, ich muss, ich muss so sehr, weil mich alle leiden sehen wollen, ach, ich hab gar keinen Bock, Digga, ja, der ist neu, okay, Eugene, ey, das ist groß ist für mein Museum, okay, Nicky, deine Augen sind ein Horrorgame-Sinn, ah, lass mich ruhig, ich will mich, nein, 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 da ist das irgendein gehafte Mistvieh, Nee, geh weg, 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 ich hab gesagt, geh weg, Kann ich jetzt gerne nochmal auf deutsch ändern? Okay. Ach so, ich kann meinen Kopf schon bewegen. Ah. Eine Bahnhofshalle, okay. 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 Digger, was mit seinem, was ist da? Diese Linie von Wange zu Gesicht, seht ihr das? Der ganze Kind verzieht sich voll. Ja, ich meine, wenn du mich aufhörst, legst du jemanden in die falschen Plätze. Also ich bin ein bisschen verdammt. Holy shit, Bro. So straffe Haut. Nur mit L'Oréal Paris. Ne. Ne, wie ihr Expert, sorry. Okay. Okay, Brudi. Schiff zum Sprinten. Ah, okay, wir können rennen. Das ist, das ist nicht wirklich sehr beruhigend, aber wir können rennen. Gut zu wissen. Ja, ja, komm du alter Sack der Rentner. Aber hier schnell weg der Mann. Oh nein, jetzt haben wir den Rentner verloren. Ne, 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 ne. Ach, da ist der Rentner. Rentner, bleib hier. Rentner. Hallo? Oh, der Rentner leuchtet. Du 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 du. Super Mario Bros. Okay. 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 Gehst du selber nicht hin? Die Karte ist da oben. Und ich schaue noch etwas mehr hier. Mhm. Ja. Mhm. Aha. Ja. Das sieht mir sehr nach Pfadfinder aus. Mhm. Ja. Ja. Das sind christliche Ruhen hier drauf. Da haben sie sogar Tic-Tac-Tor versucht zu spielen. Ah ja. Mhm. Ja. Ach, die Seile. Ganz klar. Bondage-Keller. Auf jeden Fall. Weiter geht's. Ja. Ich hab den Schlüssel, du alte Ratte. Was ist denn mit deiner Stimme los? Oh ja. Da ist eine Lokomotive. Eine gelbe. Hey, guck mal. Hier ist zufälligerweise auch Charles. Das ist cool, oder? Kann man da reingehen? Oh. Kann ich einfach reingehen. Warum? Okay, 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 okay. Warte mal. Das ist für Charles Mining Company, ne? Also der Typ, dem das Ding gehört hat. Aber warum sollte man in einer Mineneinrichtung ein Maschinengewehr auf die Rückseite seiner Lokomotive drauf machen? Ich bin verwirrt. Okay, das Soldier-Gameplay macht's irgendwie nicht besser. In meinem Namen. Waaah! Boah, der. Du... Fetter Rentner. Hey! Okay. Ach so, ja, ja. Ich hab nur drauf geschaut. Ja, ich hab damit nicht gerade die Scheune von denen auseinandergenommen. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Das glaubst aber auch nur du, oder? Are you ready to take this thing for a spin? Neee! Ähm, kennt ihr dieses, dieses, man soll keinen Lärm machen, ähm, ähm, wie heißt, wie heißt das nochmal, äh, The Walking Dead, Digger? Ja, dass man da nicht laut sein soll, um nicht noch mehr von diesen Viechern anzulocken. Ja, dieselbe Analogie habe ich jetzt gerade bei dieser Scheiß-Lokomotive. Aber hey, Bro, ja klar, lass uns einfach mal, einfach mal volle Kanne vorausfahren. Okay, das ist rückwärts, das ist links, äh, das ist vorwärts und das ist dann, ähm, stehen bleiben, ab geht's? Oh mein Gott. Ey, das geht so schief, ich schwöre dir, mein Gott, das geht so schief, das geht so fucking schief. Das geht so fucking schief. Halt's Maul! Äh, oh, ah, 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 verpiss dich, verpiss dich, nee, 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 Geh weg! Hallo? Digga, fahr doch! Um Himmels Willen! Da bleibt die Lokomotive einfach stehen, Digga. Ja, gar nicht convenient. Kaum fahren wir los, Digga. Ist dieser Bastard uns am Arsch. Nee. Mann. So eine scheiß Idee. Das hört sich ganz ungesund an, was ich da höre. Wie geht's, Alter? Du musst du der Archivist, den Eugene uns überlegte. Eww, der tote Mann! Wir sind froh, dass du uns mit Charles und Madman warst. Du wirst wissen, der alte Trainer von dir brauchen würde ein paar große Upgrades. Wenn du willst, Charles zu schlagen. Ah, cool! Natürlich. Danke schön! Ja, mach mal, Digga. Weil ich weiß, ich kenne dieses Game so klein. Ich weiß, dass dieser Hurenzone hier irgendwo rumläuft. Ich hab echt keinen Bock, dem wieder zu begegnen, während ich außerhalb dieser Lok bin. Okay. Schrott, Schrott. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Noch mehr Schrott. Ja. Ist hier oben noch was? Ja. Ach, hier hinten. Ach, meine Herren. Okay, jetzt haben wir es. Ja. Wir müssen hier rüber. Hi. Oh, eine nette Frau. What the fuck? I ate the last jar of pickles I had in my house. And there's only one jar of pickles left on the island. My secret jar of pickles. Locked away inside my pickle cave. Da steht aber jemand sehr oft, Gürtchen, du. Ich hätte sie schon ein paar Stunden gehabt gehabt, aber ich habe meinen Pickle-Cain verloren verloren. Mhm. Auf jeden Fall, Diggy. Ich bin hier von der Isle, die ich habe, einige Loks-Pickle. Ja. Ich meine, Loks-Pickle. Und wenn du mir meinen speziellen Brot von pickles bringen kannst, ich gebe dir alle die Sprappen, die ich habe als Reward. Okay. Alles klar, Diggy. So, gut. Daraus ist nichts geworden. Zur nächsten Frau. Los. Personen. Was auch immer. Los geht's. Oh ja, stimmt. Wollen wir Geld passen? Komm, wir machen Lila. Ja, Mann. Ja, let's go. Vielleicht gibt es ja noch Pink. No problemo. Wir wollen eh nach links. Wow. Ich dachte gerade, es ist der Basterzug. Oh, shit. Fuck. Ja. Sieht halbwegs real aus. Okay, ab dafür. Oh. Ich muss ein bisschen Schrott mitnehmen. Holla, die Waldfee. Halli, hallo, hallöchen. Ich wollte gar nicht stören, ich wollte mir nur ihre Einrichtung angucken, auf ihren schönen Fußboden kacken, hier mal reinlunzen. So, der will reden bestimmt. Willkommen zu Aranirum, Archivist Museumperson. Aha. Hi. Meine Entschuldigung. Ich bin nicht der Beste mit Introduktionen, aber ich glaube nicht, dass beide von uns hier sind, um zu sozialisieren. Ich habe so gelacht, dass ich eine kleine Geschäftsopportunität habe. Business. Als toter Mann. Okay. Let's go. Was hast du? Ah, okay. Ja, wahrseinszettel. Alles klar, ich verstehe. Ja, ja. Mhm. Hast du eine Knarre oder so? Okay. Ich werde dir ein paar Schrauben geben, als Payment. Aha. Danke, Dittiggy. Na. Aha. Oh, schade. Nicht gut. Geh weg! Geh weg! Kann ich, kann ich mich ducken oder so? Fuck, der ist doch hier. Okay. Geh weg! Okay. Oh. Hier. Die braucht er. Digga, da will ich nicht lang, es tut mir so leid, aber ich will da wirklich nicht lang. Okay, schnell, schnell, schnell. Lauf, lauf, lauf doch, du Idiot. Okay, Alex ist in. Lauf, 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 la Nein, 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 nein Nein! 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 Verpiss dich, ver... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Verpiss dich, du dummer Wichser! Nee.. Nee! Nee!! Nee! них! Hier ihn... aaahhazyaaaaaaaaaaaah ...ahhhhhh Feeeck dich! Untertitelung des ZDF, 2020